An Update 1.10.1 werden sich die Spieler definitiv erinnern. In diesem Update warten mehrere neue Funktionen und viele andere coole Änderungen. Ein neues System der Clan-Aufträge, Militärdienst, Verbesserungen im Kommunikationssystem während des Gefechts, Änderungen an Tagesaufträgen, Behebung von Balance-Problemen und ein zusätzlicher Gefechtsmodus für mehrere Karten, Überarbeitung der Eigenschaften einiger mittlerer Panzer und eine neue Anzeige der eigenen Position auf dem Schlachtfeld. Während des Panzerfestivals 2019 haben Spieler zum ersten Mal Hundemarken erhalten. Damals waren sie nur Teil des Festivals und nicht ganz ernst gemeint. Doch jetzt kommen die Hundemarken zurück und werden als eine Art persönliche Visitenkarte in World of Tanks bleiben. Hundemarken bestehen aus drei Teilen. Spielername und Clanname, Hintergrund der Hundemarke und der wichtigste Teil, die Gravierung. Diese zeigt etwas, worauf der Spieler stolz ist. Es gibt drei Arten Gravierungen. Engagement, kumulative Auszeichnungen, Fähigkeit, Bewertung in der Romeshalle und Sieg, eine epische Tat in einem bestimmten Gefecht. Sowohl Gegner, die man zerstört, als auch Gegner, von denen man zerstört wird, bekommen die Hundemarke zu sehen. Und damit die Zerstörten die Zerstörenden überwiegen, sollten wir uns die überarbeiteten mittleren Panzergut ansehen. Der Zweig des E-50M war immer als Hybride zwischen einem mittleren und schweren Panzer angesiedelt, wurde aber nur selten so gespielt. Jetzt zeigen die schwersten mittleren Panzer des Spiels ihre beeindruckende Größe und Gewichtsklasse. Der Turm des E-50 und E-50M ist stabiler geworden, was ein aktiveres und aggressiveres Spielverhalten ermöglicht. Die Vorgänger des E-50M haben veränderte Geschütze erhalten. Das 105-mm-Geschütz des E-50 verfügt jetzt über besseren Durchschlag mit Standardgranaten. Das 88-mm-Geschütz braucht länger zum Nachladen. Die Geschütze des gleichen Kalibers, die auf den E-50, dem Panther 2 und dem Panther 8.8 eingesetzt werden, verursachen jetzt mehr Schaden pro Schuss. Ihr leichterer Kollege, der Leopard PTA, wurde durch die letzte Anpassung zu mächtig. Daher wurden seine Werte wieder leicht verändert. Er braucht jetzt länger für die Zielerfassung. Daher muss man nun vorsichtiger mit ihm agieren. Der Zweig chinesischer mittlerer Panzer wurde wahrscheinlich am stärksten überarbeitet. Das stärkste Fahrzeug, der 121, besitzt jetzt eine stabilere obere Panzerwannenplatte und mehr Strukturpunkte, damit er sich mehr in den Nahkampf wagen kann. Sein Motor wurde auch verstärkt und seine Standardgranaten haben jetzt höhere Geschwindigkeit und besseren Durchschlag. Die anderen chinesischen mittleren Panzer wurden ähnlich überarbeitet. Der T-34-1 besitzt jetzt mehr Strukturpunkte und verbesserte Geschützhandhabung. Die Robustheit des T-34-2 wurde angepasst, ebenso wie seine beiden Geschütze. Der WZ-120 ist nun auch deutlich besser für den Nahkampf gerüstet. Der letzte Panzer, der verstärkt wurde, ist das Objekt 140. Dieser Panzer war gut, musste aber an die Entwicklung angepasst werden. Das Fahrzeug hat eine stärkere obere Panzerwannenplatte und einen weiteren Grad im Höhenrichtbereich des Geschützes erhalten. Diese Verbesserungen werden vor allem für die überarbeiteten Karten hilfreich sein. Erlenberg wurde an mehreren Stellen verändert. Das Team der oberen Basis kann jetzt besser im zentralen Bereich der Karte spielen. Berlin wurde aus demselben Grund angepasst. Es wurde auch eine zusätzliche Position hinzugefügt, um die Chancen beider Teams auszugleichen. Einige Orte mit Deckung sind jetzt besser zum Schutz geeignet. Im Allgemeinen ist die Karte nun für alle Fahrzeugtypen besser spielbar. Die Änderungen am unteren Teil von Westfield haben die Karte für Begegnungsgefechte vorbereitet, ohne den Spielverlauf im Hauptmodus zu beeinflussen. In Ruhenberg wurde der Teil mit der Stadt angepasst. Das Team der unteren Basis hat nun einige zusätzliche Nischen, um die Position zu halten, während die Uferböschungen auf der Seite des anderen Teams etwas abgeflacht wurden. Weiterhin wurden Begegnungsgefechte für Karelien, Stuzjanki, Westfield und Pilsen hinzugefügt. Die Spielweise wird auf diesen Karten vielseitiger werden. Ebenso wie die Belohnungen für Tagesaufträge. Früher wurden Aufträge schnell abgeschlossen. Man hat sie kaum wahrgenommen und sie gaben nur bescheidene Belohnungen. Jetzt werden Tagesaufträge wichtiger, weil die Belohnungen besser werden. Die Bedingungen für diese Aufträge wurden auch entsprechend angepasst. Alle Aufträge liefern jetzt mehr Spielwährung. Außerdem können Spieler Besatzungsbücher, Besatzungsskins und zufällige Blaupausenfragmente für Fahrzeuge erhalten, wenn der vierte Auftrag als Bonus abgeschlossen wurde. Wenn man 45 Tages- und Premium-Aufträge abschließt, kann man als Teil einer besonderen Belohnung ein neues Zubehörteil erhalten. Dies hilft sowohl die Tagesaufträge als auch den neuen Militärdienst effizienter abzuschließen. Der Militärdienst ist ein System der Clan-Aufträge. Er hilft dabei, einen Clan effektiver weiterzuentwickeln. Außerdem wird auch jedes neue Clan-Mitglied damit wichtiger. Selbst Spieler, die noch nicht bereit sind, sich ernsthaft in Clan-Aktivitäten einzubringen, können ihren Beitrag leisten. Kleine und neue Clans werden jetzt aktiver neue Mitglieder rekrutieren wollen. Je mehr Spieler in einem Clan sind, desto schneller ist der Fortschritt im Militärdienst. Der Fortschritt im Militärdienst wird in zwei Balken unterteilt. Persönlich und Clan. Durch den Abschluss persönlicher Aufträge, Aufgaben, kann jeder Spieler des Clans seinen Balken mit dem eigenen Beitrag füllen. Hierdurch können die Spieler Belohnungen für den Abschluss von Abschnitten erhalten, ohne ihre vertraute Spielweise ändern zu müssen. Der Balken mit dem Clan-Fortschritt wird gefüllt, wenn Clan-Mitglieder persönliche Aufträge abschließen, Einsatzziele im Zug mit Clan-Mitgliedern erreichen und Clan-Gefechte bestreiten. Hierdurch erhält man mehr persönliche Belohnungen und Industrieressourcen, mit denen man Festungen entwickeln kann. Einem Clan beizutreten ist der erste Schritt zu vielen Belohnungen. Boni durch Festungen und seltenen Fahrzeugen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt dieses Updates. Die Arbeit an der Verbesserung des Kommunikationssystems wird fortgesetzt. Die Markierungen auf der Minikarte wurden verkleinert. Sie stören jetzt nicht mehr dabei, einen Überblick über das Gefechtsgeschehen zu behalten. Markierungen auf der Karte wurden höher gesetzt. Sie sind jetzt leichter zu erkennen und behindern die Sicht nicht. Darüber hinaus kann man die Markierungen auf dem Schlachtfeld jetzt auch in den Spieleinstellungen deaktivieren, falls diese dennoch stören. Das Kommunikationssystem wird dank eurer Hilfe stetig weiterentwickelt. Danke dafür, Kommandanten! Das ist alles für dieses Update. Richtet eure persönliche Hundemarke ein, werdet im überarbeiteten mittleren Panzer zum Herz des Gefechts, erledigt persönliche Aufträge und entwickelt euren Clan. Und natürlich viel Glück auf dem Schlachtfeld! Mittal und Schlachtfeld! began noch zuventor. Nicht nur noch nicht gefährlich, sondern die Erhättungen wird straks festdriven, weil du schon ZDF- WOODRUFF TVs ver könntest. Alles klar ist, deixa ich vor psōlle, die G вариантする ele有人 durchst許 und reg � Linux bougiersere liberated. Du kennennst eine unsere Rolle also zu презид biased, wenn es in die Hồn am bean breadwursend gibt, du�ESE! Untertitelung des ZDF, 2020